Sportduelle haben immer eine riesengroße Rolle bei Klein-Gegen-Groß gespielt. Und wer war da nicht alles zu Gast? Medaillengewinner, Weltmeister, Olympiasieger, alle waren sie da. Aber nicht alle haben sie gewonnen. Fabian Hambüchen, 23 Jahre alt, 1,63 Meter groß, Beruf, Turner. Er ist 26-facher Deutscher Meister und 6-facher Europameister, Weltspitze an allen Geräten. Ja, der Fabian Hambüchen ist auch ein Riesentalent. Also ist eines der größten Talente, was wir unter den Kleinen bei uns noch gesehen haben. Kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen, Fabian Hambüchen ist wirklich der, der am häufigsten mit dem heutigen Auftritt hier in der Sendung zu Gast war. Ist dein vierter Auftritt bei Klein-Gegen-Groß. Gute Nachricht für euch, er hat erst einmal gewonnen. Es ist kein Zufall, dass er der Gast ist, der am häufigsten bei uns war. Denn wir müssen, glaube ich, rückblickend auch sagen, ohne den Turnspurt und ohne das Klettern im Speziellen hätte es vielleicht Klein-Gegen-Groß nie gegeben. Und vor allen Dingen nicht so lange gegeben. Denn gerade aus diesen beiden Sportarten haben wir uns doch mit so vielen Dingen bedient. Da gibt es so viele Elemente, Trainingselemente, Disziplinen, die wir dann in wunderbare, spannende Duelle überführen konnten und die dann bei uns stattgefunden haben. Und da ist natürlich auch klar, dass die Turnelite bei uns auch als Gegner natürlich sehr häufig dann zu sehen ist. Und Fabian im Speziellen natürlich da auch jemand ist, der sehr viele unterschiedliche Dinge dann auch sehr, sehr gut beherrscht und damit natürlich ein perfekter Gegner ist. Hier kommt das Doppelschwung-Duell. Jule und Lara, beide elf Jahre, behaupten, wir schaffen mehr Doppelschwünge an der Reckstange als Olympiasieger Fabian Hambüchen und Weltcup-Sieger Lukas Dauser. Komm mal, wir können es sowieso nicht, aber wir können es einigermaßen mal zeigen. Kommt ruhig mal mit rüber. Wir müssen einmal hoch. Ja, wie, ach so. Ja, hinsetzen könnte ich mich. Pass auf, also es ist so, du hängst so rum, ich häng so rum, ja, so, dann hängt man, so, und dann holt man Schwung, ja, und dann springst du ab, und wechselst hier, ja, du springst quasi so rum, ach so, so, und ich hier und ich so rum, ne, und dann Schwung wieder und hopp. Nichts leichter als das. Das ist auch so was, da guckt man drauf und denkt dann erstmal, oh, das kann ich auch, ne, aber das kann man mal ausprobieren, ja, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine richtig komplizierte Übung. Meine beiden Daumen sind gedrückt, einer für jeden, und ich sage, klein gegen groß, auf, los geht's, los! Eins, zwei, drei. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Kraftsache, auf der anderen Seite natürlich auch eine Frage der Koordination, des Timings. Mit zunehmender Zeit, noch 30 Sekunden. Die fliegenden Zwillinge von der Donau. Noch 15. Die letzten Sekunden ganz schnell, noch mal raus, ganz schnell, noch mal raus, ganz schnell, noch mal raus, hopp, 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 hopp! Eins, zwei, hopp! Und noch mal einer, geht noch! Oh! Unglaublich! Oh! Glückwunsch! Wahnsinn! Das waren 43 akkurat ausgeführte Doppelschwünge. Auf, los geht's los! Aber man sieht natürlich hier bei den Großen, da wo die kleinen Mädels fliegen, müssen die einfach umgreifen, das geht dann nicht mehr so einfach. Aber gerade für die Turner natürlich auch immer eine super Rampe gewesen bei Klein gegen Groß, denn meistens lief es international bei den Wettkampfen danach richtig gut bei ihnen. Und vor allem jetzt aufpassen, dass man nicht erschlagen wird vom Teammitglied. So, hoch wieder und wieder Schwung holen. Die letzten fünf Sekunden. Die letzten fünf Sekunden. Und er ist aus. Aus, aus. Oh! Und B, gucken wir aufs Ergebnis. Jule und Lara hatten 43 Doppelschwünge. Fabian und Lukas 25. Und damit gewinnen Jule und Lara das Doppelschwünge. Paul elf Jahre behauptet, ich kann eine voll ausgefahrene Feuerwehrleiter schneller hinaufhangeln als Kletterweltmeisterin. Juliane Wurm. Ja, irgendwann sind wir mit Duellen nach draußen vor das Studio gegangen, weil für die Duelle im Studio kein Platz war. Die haben einfach dann Dimensionen angenommen oder es waren so große Gefährte damit verbunden, dass das gar nicht im Studio möglich war. Und dann mussten wir raus. Dann mussten wir nach draußen. Dann gab es die ersten großen Außenduelle bei Klein gegen Groß. Und es ist immer eine ganz besondere Herausforderung. Besonders eben auch für unser ganzes Team. Weil da gibt es natürlich einiges an Extras, die dann geleistet werden müssen. Das findet ja dann im Dunkeln statt und da muss da außen noch Licht hin. Über diese Leiter geht es hoch zur ersten Sprosse. Von da an startet ihr. Und dann kann man jetzt von hier unten gut nach oben schauen. Es ist ein langer, langer Weg bis hoch zur Glocke. Und es war auch noch superkalt da draußen. Das ist auch der Grund, warum sie die Wärmflaschen da in der Hand haben. Also da muss man natürlich auch sehen, mit den Händen ein kaltes Metall, wissen wir alle, macht es nicht einfacher. Paul, dann von mir. Toi, toi, toi. Und die Zeit beginnt natürlich zu laufen, wenn du da oben die erste Stufe nach oben hangelst. Und ich sage Klein gegen Groß, auf, los geht's, los! Paul ist in Action, in Bewegung. Und er geht flink hoch. Er ist sehr schnell unterwegs. Muss natürlich immer wieder auch gut schauen, dass er nicht abrutscht. Ja, Höhenangst darf man da keine haben. Würden wir natürlich dann die entsprechende Höhe messen. Und die wäre dann von Jude zu überbieten. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, oben an der Glocke anzukommen. Auch der Bruder und die Eltern. Ja, spektakulär, wirklich spektakulär. Wir feuern ihn an. Komm, Pauli. Bist ungefähr, ist schon weit über die Hälfte. Gerade im letzten Drittel, da muss Paul natürlich kämpfen. Denn die Kraft wird weniger. Die Strecke erscheint dann immer länger. Aber er ist gut dabei. Komm, Pauli, die Glocke ist zum Greifen nahe. Es ist nicht mehr weit. Vielleicht noch drei Meter. Weiter geht's, Pauli, weiter. Er denkt gar nicht daran, wie hoch er jetzt über dem Boden ist. Er denkt nur daran, die Glocke zu erreichen. Und er ist kurz davor. Komm, Pauli, weiter. Noch ein kleines Stück, vielleicht noch einen Meter. Jetzt sehen wir dich schon zusammen mit der Glocke im Bild. Noch drei Stufen. Noch eine hoch. Und dann geht's schon. Spektakulär, Paul. Super gemacht. Aber Kletterinnen und Kletterer haben auch immer große Rolle bei uns gespielt. Das haben wir so oft gesehen, dass die Sportler natürlich die Großen am Anfang wahnsinnig schnell loslegen. Aber irgendwann merken sie natürlich dann auch das Körpergewicht. Und da merkt man natürlich auch, dass die Muskeln dann langsam zumachen. Aber in diesem Fall hat Jule Worm wirklich hervorragend performt. Jule, dann auch für dich. Zeit läuft, wenn du die erste Sprosse nach oben gehst. Okay. Wann immer du willst. Auf, los, geht's. Los! Sie geht natürlich mit deutlich mehr Kraft entsprechend schnell hoch. Aber kann sie dieses Tempo durchhalten? Das haben wir schon so oft gesehen, schon in so vielen Duellen gesehen, dass die Großen mit viel Tempo vorlegen und dann ab der Hälfte natürlich kämpfen müssen. Und dieses Tempo. Aber das sieht gut aus. Da ist sie gut unterwegs. Aber sie ist natürlich wohl darin. Also sie ist ein bisschen schnell angegangen offensichtlich, in der Tat. Aber gleich ist sie an der Glocke. Oha! Respekt! Da kann man nichts sagen. Das war ein toller Durchgang. Das war eine tolle Zeit. Also erstmal völlig unbeeindruckt vom Ergebnis. Ihr wart beide super gut. Habt alles gegeben. Habt hart gekämpft. Aber Jule Wurm mit unter einer Minute 57,5 Sekunden macht hier das Rennen und ist ein Stück schneller als Paul gewesen. Was aber deine Leistung auf keinen Fall schmälert. Denn mit elf Jahren sich in diesem Tempo dann nach oben zu wegen und zu trauben, das ist aller Ehren wert, Paul. Das hast du super gemacht. Aber Glückwunsch an Juliane Wurm. Das ist ein bisschen krass. Leonardo, elf Jahre behauptet. Ich erkenne mehr Wimbledon-Matchbälle allein am Ton als Boris Becker. Wer mehr Matchbälle richtig erkennt, gewinnt das Duell. Krasses Duell. Leonardo und Boris hören jeweils abwechselnd vier Matchbälle aus Wimbledon-Endspielen der letzten 50 Jahre. Dazu müssen sie das Ja, die Paarung und das Ergebnis korrekt benennen. Da muss ich wirklich sagen, das Wimbledon-Matchball-Duell zwischen Leonardo und Boris Becker, das war tatsächlich so ein Duell, wo ich gesagt habe, das halte ich für fast unmöglich. Ja, und vor allen Dingen auch die Frage, wie kann Boris Becker sich da überhaupt so reinfinden, dass er da überhaupt den Hauch einer Chance hat. Klein gegen groß, auf, los geht's, los! Leonardo, hör gut hin. Hier ist der erste Endspiel-Matchball für dich zum Hören. 1980, Björn Borg, John McEnroe, Sieger Björn Borg, 1675-63-6786. Er würde kein einziges Match am Geräusch erkennen können, also nein, so weit geht's nicht. Nein, also ich habe viele Wimbledon-Finals gesehen, ich habe viele Fußballspiele gesehen, aber ich würde kein einziges Spiel am Geräusch erkennen. Die Partie war richtig benannt, das ja auch, da sehen wir den Spielstand und auch den hast du vollkommen richtig wiedergegeben. Erster Punkt für Leonardo. Das alleine wäre ja schon faszinierend, dass man quasi die Ergebnisse der einzelnen Finals, inklusive der Besetzung kennt und so, aber dass man das dann auch noch wirklich am Ton des Matchballs erkennt, das ist einfach nur verrückt. Und Boris hat ja auch richtig abgeliefert. Man hat ja auch oft genug im Finale von Wimbledon gestanden, aber es gab ihm auch Matches, wo er nicht persönlich anwesend war. Wir überprüfen das. Das ist absolut korrekt. Ja, du merkst schon, Leonardo, für Boris geht es heute um mehr als nur um das Duell 1-1. Zweiter Aufschlag offensichtlich würde ich tippen. Ja, das sollte er wissen. Das war ich selber. Gegen Ed Berg 1988, aus meiner Sicht 6-4, 6-7, 4-6, 2-6. Das heißt, der Sieger war? Ed Berg. Ja, ein super Duell. Das ist, glaube ich, nichts zum Mitraten, weil ich glaube, da hat man zu Hause keine Chance, aber das ist was zum Staunen, definitiv. Ja, der letzte war der wirklich schlimme, ne? Aber in diesem Falle bringt es dir einen Punkt. 2 zu 2. Jetzt war für ihn natürlich ein kleiner Vorteil, dass er ja in dem einen oder anderen Finale in Wimpen selber dabei war. Allerdings waren die Matchspiele dann wiederum nicht so zahlreich vertreten, an denen er selber beteiligt war. Also von daher, und das war so spannend. 2016, Serena Williams, Angie Kerber, Sieger Serena Williams, 7-5-6-3. Schauen wir drauf. Ja, aber mittlerweile die Nummer 1 der Welt, Angelique Kerber. Und auch wir haben ein Ergebnis. Leonardo gewinnt dieses Duell. Das hat ihm Spaß gemacht. Und da hat er sich reingefuchst und hat sich da richtig, richtig gut vorbereitet. Und mit einem guten Training läuft es dann im Wettkampf eben auch deutlich besser. Sein Duell ist der Nachwuchskicker bestens vorbereitet. Nur etwas Entscheidendes fehlt. Ein Gegner. Wenn es jemanden aus der ersten Bundesliga oder aus der Nationalmannschaft gibt, der gegen mich antreten will, der kann hier mitmachen bei klein gegen groß. Ja, und zum Glück ist diesem Aufruf einer gefolgt. Und nicht irgendeiner, sondern der Weltmeister. Der Angeber, sagt Jarim Lambi. Das glaube ich nicht. Gelernt. Gelernt ist einfach gelernt. Herzlich willkommen zum Fußball-Duell. Toni Groß. Und dir natürlich herzlich willkommen zurück, Philipp. Philipp, bitte nimm Platz. Bist du jetzt zufrieden mit deinem Gegner? Ja, auf jeden Fall. Echt gute Wahl. Also das Fußball-Jonglier-Duell auf der Treppe, das war in jeder Form ein besonderes Duell, ein Megaduell. Zum einen, weil das wirklich extrem schwierig ist, was der Philipp da gemacht hat. Also rückwärts die Treppe hochlaufen, dabei den Ball jonglieren. Dann war das ja keine kleine Treppe, die wir dann da fürs Studio, für die Show gebaut hatten. Das war wirklich super kompliziert. Also jeder, der schon mal einen Ball hochgehalten hat, der weiß, dass das normal im Stand schon eine Herausforderung ist. Sich dabei zu bewegen ist noch eine größere Herausforderung. Aber dabei eben in der Tat rückwärts eine Treppe hochzugehen, das ist schon super besonders. Und wenn dann auch noch der Gegner Toni Kroos heißt, dann darf die auch als kleiner Herausforderer schon mal ein bisschen der Stift gehen. Dann war es für uns natürlich ein Ritterschlag. Wenn ein Fußball-Weltmeister kommt, extra aus Madrid anreist und dann sagt, okay, ich nehme diese Herausforderung an. Und ja, es ist nicht so einfach, dann auch Trainingsmöglichkeiten zu finden, wo man das auch mal ausprobieren kann. Dass Toni den Ball hochhalten kann, ich glaube, das ist uns allen klar. Aber wie wird er sich dann auf der Treppe schlagen? Philipp, 13 Jahre, behauptet, ich schaffe es, 20 Stufen einer Treppe mit einem Ball auf dem Fuß jonglierend, schneller bis nach oben als Weltmeister Toni Kroos. Auf los geht's los! Zeit läuft. Technisch absolut sauber. Also ich habe ja auch mein Leben lang Fußball gespielt. Und ich bin jetzt kein Messi am Ball, aber einen Ball hochhalten kann ich schon auch. Aber alleine nur auf einer geraden Fläche den Ball hochhalten und rückwärts laufen, das kann man mal ausprobieren. Das ist schon richtig schwer. Aber dann da noch rückwärts eine Treppe hochlaufen, das ist einfach verrückt. Jetzt darfst du zu Recht stolz auf dich sein. Neuer persönlicher Rekord, 19,9 Sekunden. Und als ich Toni gefragt habe, ob er sich das vorstellen kann, hat er gesagt, das große Problem ist erstmal, er hat gar keine Treppe zu Hause, wo er das üben kann. Und er hat es dann irgendwann im Stadion mal probiert, ja, und dann sagt er, ja, das wird schon, das geht schon, das geht schon. Und das ist jetzt der letzte Durchgang, ja, und da sieht man mal wieder, wie so Sportler in der Lage sind zu antizipieren, denn da war er ja wirklich nur noch ganz, ganz knapp hinter Philipp und hätte ihn ja fast noch geholt. Ja, also das war wirklich Riesenleistung. Also Wahnsinn. 21, eine Sekunde und zwei Unterschiede. Also nur ganz, ganz knapp. War gut, dass du nochmal richtig einen rausgelassen hast, sonst wäre es wirklich ganz eng geworden. Also, knapper Sieg, aber Philipp gewinnt das Fußball-Duell. Katharina und Franziska haben eine Minute lang Zeit, in einem 5 Meter langen Becken so viele Rollwenden wie möglich zu schaffen. Dabei müssen sie bei jeder Rollwende mit mindestens einem Fuß die Wand berühren. Wer die meisten Rollwenden schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! 60 Sekunden, wenn sich Katharina vom Beckenrand löst. Jetzt! Genau. Dürft Sie gerne unterstützen. Sie seht technisch sauber und optimiert. Immer ein... Es ist immer ein besonderer Aufwand, wenn wir ein Schwimmbad ins Studio bauen. Denn das muss ja erstens reingebaut werden, dann mit Wasser befüllt werden und so. Also das ist durchaus ein großer Aufwand, der da betrieben wird. Sie sehen es eingeblendet. Hälfte der Zeit ist jetzt um. Und es gilt natürlich, konzentriert bis zum Ende durchzuziehen. Noch 15. Zieh, Katharina, zieh! Noch 10. Ah, eine geht auf jeden Fall noch. Komm, 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 komm! Komm, eine geht noch! Oh, wir waren knapp. Ja, die letzte war es nicht mehr. Sehr gut, es waren 23. 23 Rollwänden in 60 Sekunden. Ab jetzt! Interessanterweise gerade vor kurzem mit Franziska hat er nochmal drüber gesprochen, über das Duell. Und sie war am Anfang so, ja, sagt sie, mal gucken, was geht und so. Aber sie sagt, in dem Moment, als sie im Wasser war, war das so wie früher. Wenn ich ins Wasser gehe, will ich gewinnen. Sonst wird sie ja gegen die Wand ziehen. Sie ist ja viel größer. Noch 30 Sekunden. Ich wage mal vorherzusagen, dass das eine enge Geschichte wird. Auf jeden Fall. Das war von Anfang an klar. Bei Sportlern, das haben wir natürlich so oft erlebt, ist das eh so genetisch verankert. Dieses immer gewinnen wollen. Aber sonst wären sie natürlich auch nicht so erfolgreich geworden in den verschiedenen Sportarten. Oh! Ihre große Sorge war nur, dass ihr einfach schlecht wird durch diese vielen Wänden in der kurzen Zeit. Aber sie hat sich dann zum Glück nicht ins Becken übergeben müssen und so. Ja, wird er wirklich von den vielen Rollwänden, da gewöhnt man sich nie dran, ja? Nein, da gewinnt man sich nicht dran. Katharina, 23, Franziska von Almzig, 24. Das heißt, du hast das Rollwänden-Duell für dich entschieden und hast gewonnen. Oh, das tut mir leid. Marvin gegen Jan Frodeno. Kleines Kraftpaket gegen Triathleten mit einzigartiger Karriere. Olympiasieger und dreifacher Ironman-Weltmeister. In der Triathlon-Szene hat Erfolg einen Namen. Jan Frodeno. Knapp vier Kilometer schwimmen, anschließend 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon über 42 Kilometer laufen. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil Langstrecken schwimmen ist so gar nicht meins. Ich bin auch kein begeisterter Radfahrer, also Laufen ist ganz okay, aber Schwimmen und Radfahren fangen schon gar nicht diese Distanzen, das ist nicht so meins. Wir haben genug Top-Triathleten in Deutschland, da muss ich gar nicht angreifen. Marvin zehn Jahre behauptet, ich habe mehr Kraft und Körperspannung als der dreifache Ironman-Sieger Jan Frodeno. Marvin und Jan müssen in einer Minute zwei Langhanteln mit Händen und Füßen zusammen und wieder auseinanderschieben. Wer mehr Wiederholungen schafft, gewinnt das Duell. Nein gegen Groß, auf los geht's, los! Auch ein bisschen Schwung holen hilft natürlich. Eine mega komplizierte Übung. Also der eine oder andere hat das ja vielleicht mit so einer kleinen, es gibt ja diese Bauchrolle, da weiß man wie anstrengend das sein kann und das ist hier nochmal einer oben drauf. Sehr gut Marvin, du hast noch 20 Sekunden, komm auf geht's! Noch 15, noch 10. Komm, einer geht noch ab! Aber die Zeit ist auf! Marvin, bist du jetzt wenigstens ein bisschen außer Pusten? Okay. 32 waren es, bist du zufrieden mit dir? Ja! Ja, so, dann sag ich auch für dich, auf los geht's los, die Zeit läuft mit der ersten Bewegung jetzt! Er hat natürlich einen weiteren Weg zu gehen, klar. Aber sehr sauber ausgeführt. Das ist ja auch noch ordentlich Zeit. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Noch 20. Noch 10. Wow! Hör auf! Glückwunsch! Ja, das war eine saubere Leistung! Oh, ich kann nicht mehr! Eine Minute! Ich brauche ja 8 Stunden! Na ja, 8 Stunden bist du nicht ganz unterwegs, oder? Naja, hoffentlich nicht, aber jetzt will ich jetzt mal wissen, wie viel er geschafft hat. Jetzt gucken wir aufs Endergebnis. Marvin Zwei-Norfer von 26! Und damit gewinnt Marvin Zwei-Norfer! Das war Wahnsinn. Also dafür bewundere ich die Kinder auch, welche Leistungen, die da immer wieder zeigen. Ja, war 10 Jahre behauptet, ich kann eine Stangentreppe schneller nach oben springen, als die Europameisterin im Weitsprung Malaika in Hamburg. Ja, aber was ist sie nach klein gegen groß geworden? Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Es geht hier von diesem Startbrett los, Absprung mit zwei Beinen, auf die erste Stange, auf die zweite Stange und so weiter. Acht Stangen nach oben und das Ziel ist dann die Landefläche, oben die schwarze. Da stoppen wir die Zeit. Yara, dein erster Versuch, du legst vor. Toi, toi, toi. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Sehr gut, sehr gut, komm, 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 zieh, 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 jawohl, und hoch, und hoch! Das habe ich in der Tat einmal selber ausprobiert, weil das ist ja auch so, wo man denkt, ich bin ja gesichert, logisch. Aber dieses von Stange zu Stange hüpfen ist ja nicht so, also erstmal muss man diesen Rhythmus natürlich reinbringen und sich das auch trauen, weil man kann ja auch mal davor springen oder dahinter springen, also da irgendwie auch dazwischen. Das ist das eine. Und dann denkt man ja, das sieht ja dann relativ einfach aus, wenn man es denn offensichtlich kann. Aber alleine von einer auf die andere Stange zu springen und dann stehen zu bleiben, also war für mich zumindest unmöglich. Auf los geht's los! Und Achtung, wir sind bereit für den zweiten Versuch. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Komm, Jara, zieh, zieh, jawohl, komm, 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 und hoch! Oh! Toi, toi. Oh, da sehen wir, wie schnell es gehen kann und wie gut unsere Kollegen von der Sicherung arbeiten. Ja. Auf los geht's, los! Komm, jawohl, komm, komm, komm! Gleisstand, das gibt's doch, ey! 8,2! Es bleibt bei 8,2! Das war so spannend, das war so unglaublich. Und da habe ich gedacht, das kann gar nicht mehr klappen. Wir haben beide jetzt noch einen Versuch, während diesem einen Versuch schneller oben ankommt. Es geht jetzt nicht mehr darum, die 8,2 Sekunden zu toppen, sondern während diesem einen Versuch schneller oben ankommt, der gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Komm, Jara, zieh, komm, komm, komm! Und hoch und hoch und hoch! 7,9 Sekunden! Das hätte ich ehrlich gesagt niemals für möglich gehalten, aber du hast die Zeit nochmal verbessert. Das ist unglaublich! Wie hast du das gemacht? Ich freue mich! Wahnsinn! Also wenn Jara kein Wettkampftyp ist, dann weiß ich auch nicht. Das stimmt, sehr gut gemacht. Jetzt bleibt Malaika genau noch ein Versuch. So, wann immer du willst, auf los geht's los! Das ist ja nicht zu fassen! Das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber der letzte Versuch hat nochmal eine neue Bestzeit gebracht. Und das, obwohl du zwischendurch fast schon gestanden hast, da habe ich schon gedacht, oh, jetzt ist es durch. Aber am Ende waren es dann 7,7 Sekunden. Und damit gewinnt Malaika Mihambo das Stangentretten-Duell. Vielen Dank! Vielen Dank.